Gut, dann mag ich mich nochmal bei den Rednerinnen bedanken und bei euch fürs Kommen und bei den Streamerinnen fürs Zuschauen. Der nächste netzpolitische Abend ist ein Jubiläum. Wir feiern den 40. netzpolitischen Abend, diesmal dann wieder im MetaLab am 7. November. Bis dahin sage ich also Tschüss und ich freue mich mit allen, die im Raum sind, noch ein Getränk zu trinken. Dankeschön.